Die Macht des Schuldners Entdecken Sie die Macht des Schuldners, eine Macht, die auch Sie besitzen. Eine Macht, die Sie zum Herrn und Meister über jeden Gläubiger erhebt und sei er noch so hartnäckig oder starrsinnig. Reduzieren Sie Ihre Schuldenlast um bis zu 95%. Vermeiden Sie den Existenzverlust oder die totale Entmündigung per Privatinsolvenz. Tausend von Schuldner hat dieser Bestseller schon aus der Patsche geholfen. Zu dieser aktuellen Ausgabe gehören bei dem gebundenen Buch auf einer kostenlosen CD-ROM anpassbarer Schriftverkehr und weiterführenden Informationen bezogen auf den Inhalt dieser Publikation. Beim günstigeren Download sind im Paketsitz sämtliche Unterlagen von der CD-ROM ebenfalls kostenlos enthalten. Nutzen Sie das kostenlose Informationsmaterial auf dieser Webseite. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie entspannt. Hey, wir Nazis! Und steigen Sie würden, be blobben Sie sich jetzt überhaupt nicht scheiuchten, und Sie sind gut. Am Ende. Aber wir müssen neue Schulz escrito hier leicht verschweden.